Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's euer Dread und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Wahlheim Video eingeschaltet habt. Leute, ich freue mich übelst, ja ihr seht es schon, ich habe so ein Grinsen im Gesicht, endlich kann ich es mit euch teilen, ich bin offizieller Nitrado Partner geworden. Wir haben meine YouTube Videos gesehen und fanden die irgendwie ganz nice, I don't know why und wir hatten tolle Gespräche, es macht so viel Spaß mit dem Team zusammenzuarbeiten und ich habe es euch ja bei dem 7000 Abonnenten Video versprochen, ja ihr kriegt jetzt euren Community Server und nicht nur das, es wird zwei Community Server geben, ja der eine ist für alle da, ihr könnt einfach drauf zugreifen, die IP findet ihr auf dem Discord, damit wir das steuern können, weil wir werden auch die Passwörter das eine oder andere Mal wechseln, damit wirklich die Community Leute was davon haben, also wirklich die, die auch hier aktiv auf YouTube schauen, Twitch schauen, die Streams schauen und so weiter, die auf dem Discord aktiv sind, das ist wirklich für alle, ihr könnt einfach mit euren Freunden da zocken, natürlich geht es im Moment nur für 10 Leute im Early Access, aber es wird auch später größere Server geben und dann wird der Server natürlich erweitert, das liegt leider nicht an uns, das ist leider von Wahlheim so begrenzt, aber hey, es ist für euch for free und ihr könnt einfach zocken und ich werde sicherlich mal vorbeischauen, ja, ihr müsst einfach nur wirklich auf meinen Discord Server gehen, da seht ihr die Rubrik Wahlheim, da gibt es dann einen Wahlheim Community Server Channel und da poste ich immer die IP und das Passwort und das werden wir einmal in der Woche wechseln und dann könnt ihr wieder drauf connecten, falls ihr nicht wisst, wie das geht, zeige ich euch das auch mal, immer eine kleine Guide Komponente in jedem Video, muss rein, ja, und das geht ganz einfach, weil das haben die jetzt Gott sei Dank integriert, ihr geht auf Spiel starten, starten, dann hier Spiel beitreten, dann IP beitreten und dort gebt ihr die IP und den Port ein und dann klickt ihr auf Verbinden und dann müsst ihr einfach nur noch das Passwort eingeben und schon seid ihr am Start. Aber Leute, ihr kennt mich ja, das war noch nicht alles, ihr könnt exklusiv euren eigenen Wahlheim Server gewinnen, eine Nitrado-Taste gibt es auch noch oben drauf, das Gewinnspiel wird gerade auf Gate vorbereitet, denn es gibt unterschiedliche Möglichkeiten am Gewinnspiel teilzunehmen, sodass viele daran teilnehmen können und den Server gewinnen können und das teile ich dann im Community Tab, in den nächsten Videos, auf dem Discord und so weiter, halt auf allen meinen Kanälen und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Glück, dass ihr das Ding absahnt und ansonsten gibt es noch was und zwar für alle YouTube-Kanal-Mitglieder und für alle Twitch-Abonnenten. Vielen Dank, Wahnsinn, wie viele YouTube-Kanal-Mitglieder es schon gibt für euren Support, Dankeschön und danke an die ganzen Twitch-Abonnenten, die mich schon so, so lange begleiten und dort unterstützen mit unterschiedlichen Dingen. Wahnsinn, Leute, ich freue mich, dass ich euch endlich was zurückgeben kann, außer meinen Content und deswegen gibt es für euch einen extra Server. Ihr müsst nur auf den Discord, euch mit Twitch oder YouTube verbinden, dann bekommt ihr eine extra Rolle zugewiesen, dort habt ihr dann auf den Member-Bereich Zugriff und da findet ihr dann die IP und das Passwort für den extra Community-Server und dort ist die ganze Teamwelt vorinstalliert. Das ist der Wahnsinn, gönnt euch, nehmt euch Items, was ihr braucht für eure eigene Welt, schaut euch das Ganze an, baut vielleicht was, ich schaue auch drauf, wenn einige Leute dabei sind oder schreibt mich an, dass ihr gerade am Zocken seid, vielleicht habe ich Zeit und komme auch gerne mal vorbei, auch in den VIP-Channel, in den Voice-Channel, bin ich auch am Start und ja, ich bin einfach nur mega happy, Leute, vielen Dank für alles, ich hoffe, ihr freut euch, viele haben sich ja einen Community-Server gewünscht, endlich kann ich es wahr machen und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, bei euer Dread, ciao! Outro